Hallo liebe Leute, der Tag aus Pennsylvania ist wieder da mit dem Pensilfanisch-Deutsch, das war für euch, für heute. Und das Woche, wir sind geschwächtig Grießtag und Neujahr, so da in Pensilfania und in unser Spruch, wir sagen ein herrliches Neujahr, wann das Neujahr kommt. Wir kennen auch, und ich weiß, dass in Hochdeutsch, sagen wir, ein guter Rutsch, wir sagen das auch, ein guter Rutsch ins Neujahr. Aber normalerweise sagen wir, ein herrliches Neujahr. So, mein Wünsch für euch ist, dass all die Leute da in Deutschland sind, ich weiß, dass viele von euch aus Deutschland sind und kommen, was ich dir wünsche, ich wünsche euch ein herrliches Neujahr 2020. Harry, es ist 2020. Eine neue Decke ist kommen. Ich hoffe, dass alles gut für euch geht ins Neujahr. Und es ist glückseliges und gezündliches und alle die guten Dinge kommen in 2020. Mal sehen, was es bringt. Wir wollen wissen, wann es kommt. So sagen wir. Aber vielen Dank für all deine Unterstützung und all die positive Comments, was dir so oft und du in YouTube-Videos losse, hinlose und was auf Facebook auch geschrieben ist. Ich werde mehr Videos in 2020 bringen. Ich tue das, solange wie es geht. Mein Großdottir hat alles was gezahlt. Wir gehen ein bisschen, bis es stoppt. Und so denke ich auch und so lebe ich auch. So, bis es nächstes Mal. Halliges Neujahr. Mag's gut. Schwätzt Deutsch und schreib alles mal. Mag's gut. Halliges Neujahr.